Und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute sehe ich mir Transformers an. Also, nicht vergessen, abonnieren und einen fetten Daumen nach oben, um stolz zu machen. Bitte. Und wir beginnen jetzt mit dem Video. Die Kamera, halt mal schwenken. Ja, noch mal noch mehr. Schwenken. Schwenken Sie nachher? Lass uns. Ja, ich muss den Kontroll-Rund der Brücke zu überpassen. Das ist doch eine Fahrt, die Stimme. Moment. Ganz schön, Mann. Was soll die Brücke sein? So, die Silzen da. Das wäre ein schöner Tag, Lüner. Wie sieht das aus? Ich habe zehn Mann im Service, dass die Tomahawks einweist. Wie lange noch? Fünfzehn. Ihr seid meine Gefeinde. Immer mit der Ruhe. Wir haben jedenfalls. Weg von hier. Weg von hier. Ja, schön. Sie brauchen kürzester Markweich von Granaten. Autohol. Die Vibration beeinträchtigt. Halb reißen. Scharf schützen. Auf die Augen schießen. Also, das Ziel befindet sich da oben auf diesem Gebäude. Die Kuppel da. Ihr seid im Untergang gemeint, Otto Watts. Ihr begreift es einfach nicht. Das Wohl von Fähigen ist wenig schwerer als das Wohl von Fähigen oder eines Einzelnen. Die Brücke wird aktiviert. Hey Leute, wenn euch der Film gefallen hat, dann schreibt es in die Kommentare. Und abonnieren nicht zu vergessen. Und schreibt mir noch in die Kommentare, ob ihr sehen wollt, dass ich auf meiner Nintendo Switch Super Mario Odyssey spiele. Und schreibt mir das auch in die Kommentare. Und wollt ihr meinen Nintendo Switch sehen? Sehen? Komm. Nintendo Switch. Und die Joy Controller. Und Just Dance. Und wollt ihr meine Tasche sehen? Oh, ich hab noch meinen Controller. Und meine Tasche. Hier ist meine Nintendos Switch Tasche. Okay Leute. Wir sind fertig mit dem Video. Und hier ist meine Tasche. Und hier ist meine Tasche. Und hier ist meine Tasche. Und hier ist meine Tasche.